Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den FC Augsburg. Endstand vor 23.074 Zuschauern 0 zu 2 aus Bochumer Sicht. Ich begrüße hier auf dem Podium beide Cheftrainer, am heutigen Tage zumindest. Beide mit Vornamen Markus, Markus Gelhaus von VfL und Markus Weinzierl von den Gästen aus Augsburg. Und der Gästetrainer hat wie immer das erste Wort, Herr Weinzierl. Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, Glückwunsch an meine Jungs zu diesem brutal wichtigen Sieg heute. Ich finde, wir haben den Plan heute sehr, sehr gut umgesetzt. Das hat uns richtig gut getan, dass wir mit fünf verteidigt haben, haben wenig zugelassen, haben im richtigen Moment die Tore erzielt. Natürlich, das 2-0 psychologisch vor der Halbzeitpause sehr, sehr wertvoll. Zweite Hälfte haben wir gewusst, dass der VfL nochmal kommt, aber wir haben es mit sehr viel Herzorganisation, mit gutem Zweikampfverhalten verteidigt. Wir haben immer wieder auch Ballbesitzphasen dabei gehabt, auch Umschaltmomente. Generell über 90 Minuten nochmal den Plan sehr, sehr gut umgesetzt und ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns heute. Dankeschön. Das war kurz und knackig. Markus Gelhaus, dein Kommentar bitte. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an den FCA zum Sieg. Ja, wir haben uns sehr viel vorgenommen für dieses Spiel. Jeder wusste, dass wir mit einem Sieg heute den Klassenerhalt definitiv klar machen können. Und das ist uns am Ende nicht gelungen. Ich kann der Mannschaft eigentlich gar keinen Vorwurf machen, was Leistungsbereitschaft und Intensität betrifft. Aber wir waren dann im Spielaufbau, im Übergangsspiel und vor allen Dingen im letzten Drittel zu ungenau, haben zu viele Fehler gemacht, um da entscheidend den Gegner vor Probleme zu stellen. Und das, denke ich, war heute der Knackpunkt neben den Fehlern, die dann natürlich auch dann zum 1-0 zum Beispiel geführt haben. Besten Dank. Ich bitte um virtuelle Hände für Wortmeldung. Markus Scheinhoff von der Augsburger Album im Allgemeinen macht den Anfang. Noch sind Sie gemutet. Immer noch gemutet. Jetzt bin ich jetzt zu hören? Jetzt sind Sie zu hören. Hallo Herr Weinzierl. Hallo. Glückwunsch zum Siegen natürlich. Und Sie haben es gerade schon selbst gesagt, die Defensivleistung war heute, glaube ich, mit entscheidend, dass die so gut funktioniert hat. Können Sie noch mal ein Wort vielleicht auch speziell zu Reece Oxford und zu Jeffrey Hoveleo heute sagen, wie Sie mit den beiden zufrieden waren? Und welche Bedeutung hat der Sieg jetzt im Abstiegsamt? Jetzt haben Sie ja ein recht gutes Polster angesammelt. Ja, ich habe schon gesagt, dass die ganze Mannschaft den Plan heute sehr gut umgesetzt hat. Und die beiden hinten drin haben es natürlich gut gemacht. Aber auch Robert Gummney hat es sehr gut verteidigt. Die Dreierkette hat uns gut getan. Dadurch wurden die Räume eng. Und Sie haben alles weggemacht, was gekommen ist. Der VfL hat nicht viele hundertprozentige Chancen gehabt. Und deswegen waren Sie in der letzten Reihe konsequent. Aber vorne, auch in der ersten Reihe, waren wir schon gut im Anlaufverhalten. Wir waren generell heute aggressiv. Und die Defensive war sicher die Basis zu diesem Erfolg heute. Und, klar, vier Spieltage verschlossen, Dreier auswärts zu holen, ist sehr, sehr viel wert. Und wir haben gegen Hertha Punkte liegen gelassen, haben uns die jetzt wieder geholt. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden heute. Weitere Fragen. Ralf Rütter von der Watz, Bochum. Schönen guten Abend, muss man ja schon sagen. Zusammen eine Frage an Markus Gellhaus. Wie haben Sie den Elfmeter gesehen zum 0-2? Da gab es ja durchaus Proteste und viele Emotionen auch von allen, von den Rängen, aber auch Trainerbank und so weiter. Ja, da habe ich eigentlich eine ziemlich klare Meinung zu. Da ist Kontakt an der Wade beim Gegenspieler. Aber für mich reicht das in keinem Fall für einen Elfmeter. Christian Wob von Funke Sport. Ich frage an Herrn Gellhaus. Hatten Sie schon Kontakt zu Maxim Leith? Falls ja, wie hat er seinen Fehler jetzt irgendwie im Nachhinein aufgenommen? Wie geht er damit um? Und falls nicht, ist das grundsätzlich so ein Typ, der jetzt viel Zuspruch braucht? Oder kann er das selber ganz gut abschütteln, dass ihm jetzt dieses Missgeschick passiert ist? Ja, also jetzt direkt nach dem Spiel hatte ich noch keinen großen Kontakt. Wir haben abgeklatscht, ganz kurz drüber gesprochen, aber nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Maxim spielt eine sehr, sehr gute Saison. Und dieser Fehler ist natürlich in dem Moment ärgerlich. Aber ja, es ist menschlich. Er ist ein junger Spieler und da muss man immer mal mit rechnen, dass so etwas passiert. Ist ärgerlich in der Situation, keine Frage. Aber das wird ihn nicht umwerfen. Weitere Fragen eurerseits? Wieder Ralf Ritter von der WAZ. Ja, ich wollte zum Elfmeter eigentlich direkt nachfragen. Viele, also ich zumindest auch, habt den VAR-Check vermisst. Ging euch das auch so? Nee, ich denke, dass das durch den VAR gescheckt worden ist. Also zumindest hat es mir der Schiedsrichter gesagt. Okay, habe ich nämlich gekriegt. Alles klar. Moritz Kreilinger von welchem Medium auch immer. Hallo Herr Weins hier. Michael Gregoritsch hat nach dem Spiel gesagt, dass die Stimmung in der Woche so ein bisschen schwierig gewesen sei, weil auch so der Druck natürlich im Abstiegskampf jetzt größer wird oder wurde. Er aber sehr erleichtert war, dass wirklich die Mannschaft jetzt auf den Punkt heute motiviert war und heute so eine Leistung abgeliefert hat. Was haben Sie also konkret gemacht, damit die Mannschaft heute genau zu diesem Zeitpunkt so auf den Punkt da war und diese Leistung bringen konnte? Naja, ist doch klar, dass die Mannschaft enttäuscht war nach dem Hertha-Spiel. Wir haben in der Woche vorher eine super englische Woche gespielt mit zwei Heimsiegen, mit einem guten Bayern-Spiel, wo wir 0-1 verloren haben, wo wir gelobt worden sind. Aber haben es dann gegen Hertha nicht auf den Platz gebracht, weil es so ein Spiel war, wo du so einen wichtigen Schritt am Silbertablett hast und jeder sagt, das müssen wir jetzt gewinnen und dann bleibst du in der Liga. Aber das haben wir eben nicht geschafft, auch wegen der Wertigkeit dieses Spiels sind wir einfach nicht an unser Limit gekommen. Und dass dann die Mannschaft, die Jungs enttäuscht waren, das war auch ganz normal und habe ich auch so erwartet. Aber wir haben Gespräche geführt, viele Gespräche geführt und haben trainiert und haben nochmal heute das Spiel rausgestrichen, dass wir eben uns diese drei Punkte wiederholen können, die wir zu Hause liegen gelassen haben. Deswegen war die Enttäuschung normal und mich freut einfach nur diese Reaktion heute auf dem Platz, weil wir uns über 90 Minuten ins Spiel gekämpft haben und uns belohnt haben. Christian Wob nochmal. Ja, eine Frage nochmal an Herrn Gelhaus. Simon Zoller stand doch irgendwie für viele hier überraschend in der Startformation. Was war der Grund dafür? Weil Freitag hatte Thomas Greiter noch gesagt, dass das Spiel heute vielleicht ein wenig zu früh noch käme, um von Anfang an zu spielen. Ja, der Simon hat eine gute Trainingswoche hingelegt und unser Plan war, dass wir den Gegner sehr früh, sehr hoch unter Druck setzen, was wir natürlich häufig tun. Aber Simon hat natürlich nochmal eine besondere Energie im Anlaufen, eine sehr gute Dynamik und ja, dann auch im Spiel mit dem Ball. Er ist ein schlauer Spieler, der viele Situationen gut auflösen kann und das waren so ein bisschen die Gründe, warum wir uns dazu entschlossen haben, ihn von Anfang an zu bringen, um da auch direkt gut ins Spiel zu kommen. Weitere Fragen? Ich sehe jetzt keine virtuellen Hände mehr. Dann bedanke ich mich für das Interesse. Den Gästen aus Augsburg eine angenehme Heimreise und wir sehen uns hier wieder in knapp 14 Tagen, wenn es gegen Aminia Bielefeld geht.